Ein wunderschöner guten Morgen! Hallo! Blendet es sich ein Eier? Ja! Heute ist ein schöner Tag, oder? Ja! Heiss wird es! Und wo ist die Larine? Hier hinten! Gut! Also, gehen wir auf das Solothurn? Ja! Und wo sind wir jetzt angekommen? Das Solothurn! Genau! Hier hinten dran haben wir die Sankt-Ursen-Kathedrale und die Altstadt. Und jetzt gehen wir in den Markt. Ist es gut? Merde? Reuen Sie euch? Ja! Du bist ein bisschen ein See! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.